um die kammer zu erreichen müsst ihr euch ganz schön anstrengen zu eurer unterstützung habe ich die test extrem schwierig gestaltet oder extrem tödlich doch wir wissen dass dank eurer wunderbaren remontagefähigkeit nichts tödlich ist ja dankeschön dass wir es jetzt auch wissen drei sachen sind hier wir haben wieder springen wir haben Portale hier die Laufstiege und wir haben ja dann komischen Dinger und wie was mit ertrinken da würde ich sagen sag's mal hallo zu den Leuten ja und damit begrüße ich erst mal hier ja herzlich willkommen so jetzt geht's los ja grüße ich grüße meine Mutter jetzt schon gerade ausschießen und dann genau hier drüben hinter dir ja ich muss den richtigen Winkel finden ja man kann das noch mal noch mal machen Mensch so was passiert jetzt bin auf drück ah feuchtigkeit äh hier Wasser ähm das heißt warte ähm rot komm lieber oh das wird jetzt sehr riskant okay du bist tot okay du bist tot ähm ähm so so du solltest vielleicht da platzieren damit ich da meine Sachen platzieren kann ne ne das ist schon richtig glaube ich mal das hier platzieren wieder da drüber ja was dann kommt diese Feuchtigkeit runter dann aber ich glaub ich muss trotzdem wie ein kleines bisschen warte ach so ja stimmt ja war ja was ja aber das geht auch ich hoffe mal das ist jetzt diesmal richtig kalibriert aber ich glaube mal nicht so wie es aussieht doch das geht so nächstes Level sieht irgendwie aus wie ein Toilettenschild aber der ist wie ein Notausgang ähm alles klar okay da kommt er drüben das heißt du gehst durch und ich muss drücken so und jetzt musst du mir helfen oder ja dann muss ich hier runter gehen jetzt musst du hier jetzt ist das gleich wie ich aber da kommst du doch nicht du kannst aber doch ja das geht ja da 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 du kannst doch weiter hier rüber gehen Junge so geht doch jetzt kann ich hier einfach durchgehen was was so ist irgendein grunden ich hä wo geht das nicht warum schießt der hier nicht durch versuchen wir das portal weiter hier drüben Geh doch einfach durch das Blaue, aber noch nicht jetzt, warte. Noch nicht jetzt, warte. Achso, wolltest du es machen. Achso, ja, das geht natürlich. Aber du solltest es vielleicht auf den Knopf drücken. Nee, nee, wird schon gehen. Oder? Nee. Deswegen ja nicht. Nee, gut, okay. War ein Test wert. War ein Versuch wert. Na gut. Ja, also, so schwer ist es nicht. Da. Halt, noch warte, warte, warte. Ich habe reingekommen. Nee, warte, warte, stopp, stopp, stopp. Na? Hey, aber bringt ja nichts, weil dein... Bringt ja nichts. Natürlich, du stirbst ja nur, aber... Ja. Dafür ist es glibber dann da. Achso, gut. Nein, bist du behindert. So hast du es jetzt. Ich wollte mich eigentlich dazinstellen und... Nein, du hast reingekackt. Ist das schön da reingekackt? Bisschen Anlauf. Alles da. Strink vielleicht mal von dem Ende da. Schon wieder. Nein, ich bin drauf, du fette Sau. Nein. Außerhalb der Teststrecken. Doch. Doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Hä? Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Nein, ist sie nicht. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Okay, das ist gleich wie vor uns eigentlich. Pfeil. Klipper. Okay, Klipper ist okay. Ja, okay. So. So, Feuer frei. Oh, man kann einfach dagegen springen. Ach, das geht dann nach oben. Hm, und jetzt da oben dran. Ah, nein, warte, ich brauche den Rief. Ach so, hier warte, Brot. Da oben muss ich jetzt ran schießen. Ja, ja. Pew, 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 so. Wie bei Splatoon? Ähm, wir brauchen da, da und da. Was, da? Ah, so, okay. Da. Da. Nee, stopp. Ja, so. Glaube ich mal. Alles klar. Wo lande ich jetzt? Das ist die große Frage. Hä? So. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Ja, ich bin schon schlau genug. Okay, das sehe ich auch. Kommt man so wieder hin? Okay, so kommt man fast hoch. So, ist mir jetzt scheißegal. So. Ab nach oben durch. Oh, dieses scheiß Clipperzeug. Was machst du da? Ich bin oben. Mach mal da, Bischer. Hä, das habe ich... Ein gelbes. Hinter dir. Ja, du hast auch das gezeigt. Ja. Nein, habe ich nicht. Und was bringt mir das jetzt? Ich kletze was. Ah, ja. Nicht so erfolgreich. Wie bist du da rübergekommen? Achso, ja. So. Ja, ja. Oh. So. Und dann? Ich hab's. Oder? Ja, ich hab's. Oh, mir unten dran schießen. Das ist die große Frage. Nein, nein, nein. Du springst jetzt einfach ins Portal rein. Na, wie geht's dir so? Das ist geschafft. Yay. Jetzt machst du da ein paar Talen und da oben eins. Ne, ist doch egal. Oder? Ist doch schon. Oder du kannst da unten eins. Du kannst jetzt einfach durchgehen durch das Gelbe. Und du bist drinnen. Oh, ja, stimmt. Du bist das durch die... Oh, ja. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. ok so weit kommen wir schon mal die zweite Sache ist wie kommen die Sache ist Sprengen okay ach hier oben Koma Tab ja ich drücke auch Tab ähm die Frage ist kann ich ja ich kann hier und dann kann ich hier jetzt müssen wir wieder so hoch springen Papapapau jetzt andere Papapapau so die Frage ist jetzt wohin und wie kommen wir hoch also wir müssen hoch okay aber wie ich hab's oder hab ich das nein ich hab's nicht oh was ist das so hä komm mal her ja ich seh Exit steht da oben müssen wir da auch nochmal das machen nein guck mal da sind drei Sachen das müssen wir da machen ich hab doch bei dir ein Traum ach so ja vielleicht dass der andere hoch kommt jetzt am Ende okay 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 ich will jetzt auch mal rüber bitte danke mach mal bitte die Portale danke so ich bin weg ja Trüm bringt ja erstmal nicht viel wenn dagegen springt wird es bestimmten Schlapp Pen ich wollte schon ausprobieren aber du hast mich zurückgerufen ich bin ich bin auf die falsche Richtung gesprungen wenn ihr diese Strecke nicht abschließt müssen diese Menschen sterben oh nein welche Menschen schnell wir müssen die Menschen retten auch wenn wir nicht wissen wie die heißen welche Menschen eigentlich und nochmal zum Spaß so jetzt sprich mal gegen das andere genau sieht nämlich viel versprechender aus und jetzt fliegt sie genauso runter ne oh Gott naja ich hab's geschafft so und jetzt ist die Sache wie komme ich jetzt hoch bestimmt über da drüben irgendwo was ne ich kann hier ein Portal bei diesen blauen Teilen platzieren und ich treffe alle roten orangen ja die Frage ist nun wie ja du musst einfach drücken drück einfach da guck die eine Wand ist schon mal angefeuchtet ja die haben's gereilt nee warte hä was ist die andere Wand da fehlt ne Wand oder kannst du da einfach hochclashern ja warte mal ich probier's mal nee wird ja nicht klappen warte warte mach mal mach mal schieß einfach mal ach so du willst auf das blaue drauf schießen oder was ähm 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 was ist wenn du auf das untere drauf schießt ähm 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 da blablab red nicht schieß mal da dein gelbes Sinn äh ja rotes 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 muss da rein dann und jetzt Feuer frei so was passiert jetzt und du kannst in der Regel ah ja 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 jetzt ist nur noch die Frage welche Wand aber ich glaub mal hier die weil ich hier besser dran komme als an der anderen Seite ich halt mal ein bisschen Abstand ja super ich habe mich ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden wie siehst du über was Geil Geil mit dem Spiel ist das wollen sie ja vorbei ja und was haben jetzt die Schönes wir haben platzieren wir haben erdrücken wir haben Wasser und wir haben was ist das was ist was ach meinst du die Spidi Gonzalez Teil ja Spidi Gonzalez ja da da ich will zuerst ich will zuerst ah nein ich will was passiert hier wow oh Gott hui endlich mal Spidi Gonzalez oh ach so okay abpassen 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 wir müssen wir abpassen drück mal gut ach so ja ich sag doch drück mal also aber drück einmal ich will mal gucken wie lange es jetzt dauert drück ja wie schaffst du doch drück scheiße ah ok ein bisschen früher du musst früher sagen denn laufe drück na das war ich schön zu früh ne pass doch läuft doch hey alles klar erster zweiter erster abkürzung was alles klar ha du brauchst mich ich oh jetzt wenn man drückt ähm ah ok zuerst müssen wir wir müssen einfach alles komplett anfeuchten einfach ha 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 ooooh 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 und ist sie um einig als befeuchten und bringt das nicht ich sie die übte einstehrein da war das vielleicht was bringt aber ich auch mal nach den zwei stehen das möchte ich noch dazu sagen Aua das ist ja eine 2 alter bis zu bis zum schien äh ich nie mehr ich schiebe ja ich bin schien zum chemie Unfall oh ich hab einen ich hab I have a plan dude so wir befeuchten diese Straße wir befeuchten diese Straße so ah ok 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 I understand dann befeuchten wir das da einfach so aus Spaß ne I understand die seid ihr komplett noch drüben und dann müssen wir irgendwie hier rüber ich hab's warte mal das willst du jetzt von mir warte mal warte mal ich glaub ich hab's so warte mal du drückst drück einfach so drück man so war und was und irgendwie wir holen uns da so speed ein müssen wir dann dort drüber springen ja mach mach einfach los lauf ich muss kurz richtig abzahlen nicht getroffen ne und verkackt aber oder holt man doch zu wenig speed bringt das nicht doch doch das funktioniert schon aber ich hab reingekackt beim beim versuch also bohnen kann man auch nicht nein mach das noch mal ach ne das war falsch mensch yo ahaha ja sicherlich das timing war nicht die beste aha ich weiß es warum warum aber wir müssen das noch anfeuchten damit du auch weiter speedy Gonzales mäßig durchlaufen kannst ja okay verstehst du ja ein bisschen war es jetzt einfach voll ein bisschen war es ja schon oben einmal geht noch so super ja was was nein ne doch deine seite muss man auch noch bevor ich weil du mit rüber musst das braucht keiner du musst auch rüber Junge ja ich will jetzt aber noch nicht rüber trotzdem müssen wir es machen warte kurz oh das war falsch einmal geht noch komm na super okay das timing war scheiße alter und da kommst du wieder hi hi das war ein bisschen zu früh aber es ist schon das war gut das war nur knappe geschichte hier da er hat was vor dem da los so jetzt muss ich dir helfen weil wir müssen weil gleichzeitig drauf geht sein also hier und hier kommen hoch hatte ich muss noch bezüglich ich bin weil das ist komplett voll Junge da ist es nicht doch ich sehe es ja nein das ist das Schreckenlänge der der folge der Selle ich hab doch so haben sie da eins platziert so ja aber ich muss du musst genau durch die Wand musst du rennen andere Seite komm ich nicht ran ah die da genau das hellblau nee das hellblau muss durch genau run das timing war kacke nein verpassen als ob das nicht da drinnen gelandet ist ach so ich dachte gerade das geht nicht was Menschen sterben geil bitte das war es mal wieder mit der Folge wenn euch da ganz was gefallen hat kennt doch nur um da wenn ich da unten schreibt wenn ihr kommt darüber mehr davon sehen wird so nicht dann bis zum nächsten mal sagt er aaaaaah aaaaaah bis zum nächsten mal sagt er wenn sie tschau tschau und der Tschüss 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 tschüss